René Pfister von der SPÖ Niederösterreich. ... zum Verkehrsdelematikbericht Stellung nehmen. Der Verkehrsdelematikbericht ist natürlich für uns alle im digitalisierten Zeitalter ein sehr, sehr spannender und interessanter Bericht, denn was sich da auch wieder im letzten Jahr oder 2016 an einem Berichtszeitraum hier getan hat, ist wirklich fulminant und rasant, wenn man nur denkt, wenn man an selbstfahrende Autos und Trackings von Reisekoffern am Flughäfen bis zu Parkettdiensten, die hier mittlerweile wirklich in Echtzeit verfolgt werden können, hier auch verfolgen kann. Man nimmt im Bericht zum Beispiel auch die Daten, die die Verkehrsauskunft Österreich mittlerweile, eine Vielzahl an Verkehrsinformationen hier auch nutzt, wenn es um Lkw-Stellplätze auf Autobahnen geht, wenn es um Verkehrsdaten auch geht, wenn zum Beispiel schlechtes Wetter oder jetzt auch im Winter natürlich bei Schneefall, wenn hier auch diese ganzen kooperativen Systeme ausgebaut, weiterentwickelt werden mit Sensoriken, alles was da wirklich im Hightech-Bereich auch unterwegs ist, dass es hier sehr, sehr enge Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Verkehrsinstitutionen hier auch gibt, ob das die Autofahrer-Clubs sind, ob das die Behörden sind, natürlich auch die öffentliche Hand oder die öffentlichen Institutionen wie das Verkehrsministerium, die hier ganz, ganz eng und intensiv zusammenarbeiten. Im Mittelpunkt stehen bei intelligenten Systemen natürlich auch ein umfassendes Service, das sowohl auch den Bürgerinnen und Bürgern als auch der österreichischen Wirtschaft und den verschiedenen Unternehmungen, die hier in Österreich durchfahren oder auch als Zielland hier gewählt sind, diese Verkehrssysteme heute im vollen Umfang nutzen. Der Telematikbericht beinhaltet auch den Ausbau und die Überwachung vielfältiger Anwendungen, wenn es natürlich auch um das Straßen- und auch um das Schienennetz geht. Und genau in dieser Zeit, wo ich zu euch sprechen darf, starten exakt 40 Züge gleichzeitig in Österreich und in Spitzenzeiten bewegen sich in diesem Schienennetz an die 500 Züge gleichzeitig in diesem Streckennetz, das natürlich an einen Menschen oder an den Menschen alleine hier eine enorme Herausforderung stellt. Und daher ist es auch so wichtig, genau in diesem Bereich hier auch die Unterstützungen und die Möglichkeit hier auch zu finden, dass natürlich auch die Zeitabläufe eingehalten werden und dass man auch zeitnah, pünktlich und so schnell wie möglich von A nach B kommt. Dieser Bericht umfasst auch sehr, sehr ausführlich sich mit Weganalysen und Trackings, die wir tagtäglich eigentlich gewohnt sind, sobald wir unser Handy eingeschaltet haben oder eingesteckt haben. Wissen wir am Abend ganz genau, wie viele Schritte wir zurückgelegt haben, welche Wege wir abgelegt haben. Das ist für viele natürlich nicht immer so einfach, weil wenn die 10.000 Schritte am Tag irgendwie nicht erfüllt sind, dann kommt das Gesundheitsverständnis da vielleicht dann auch und redet ihn dann vielleicht auch etwas Schlechtes ein. Kapazitätsmanagement im Bahnbereich, Kapazitätsmanagement im Railcargo-Bereich, Überwachung von Güterwegen, Überwachung von Personenwagen im Eisenbahnbereich, Das alles ist keine Zukunftsmusik, das passiert bereits, das gibt es. Und abschließend, Herr Minister, das internationale Förderprogramm, das 2016 hier auch gestartet wurde, zum Beispiel Horizon 2020, das sich bis 2020, wie es der Name schon sagt, damit beschäftigt, dass europaweit hier über 80 Milliarden Euro genau in diesem Bereich für Förderprogramme in der Weiterentwicklung der Verkehrstelematik in der Weiterentwicklung, der Datenentwicklung und vor allem auch der Zurverfügungstellung von Daten für Österreicherinnen und Österreicher beträgt, ist ein riesengroßer Kuchen, der hier in der Europäischen Union zur Verfügung steht. Österreich ist in vielen Bereichen hier nicht nur europaweit Führer, sondern sogar Weltmarktführer. Und da heißt es für uns auch, im Zuge auch dieses neuen Arbeitsprogramms, das die Bundesregierung, wir heute am Vormittag schon diskutieren dürfen, dass wir bei diesen 80 Milliarden Euro hier auch diese Anreize nutzen. Unsere Unternehmungen und vor allem auch Österreich daran partizipiert, dass wir ein schönes Stück von diesem Kuchen auch abbekommen, um für Forschung, Entwicklung und Innovation, für das Österreich auch steht, hier einen massiven Anteil auch dazu bekommen. Herr Minister, herzlichen Dank für den Verkehrstelematikbericht und weiterhin schon erfolgreiche Arbeit für unser Österreich, für den Verkehr und vor allem auch für den öffentlichen Verkehr. 2016 sei ein internationales Förderprogramm gestartet worden, in dem die EU 80 Milliarden Euro für Verkehrstelematik zur Verfügung gestellt habe, sagt René Pfister von der SPÖ Niederösterreich. Österreich solle nun sehen, dass davon ein großes Stück an Österreich kommt.